Hallo zusammen, ich präsentiere euch heute das Platinum Plus Shampoo von Paul Mitchell. Das Platinum Plus Shampoo ist der ideale Partner, wenn es darum geht, Goldreflexe, Gelbreflexe, warme Töne aus eurem Haar zu neutralisieren. Wir haben hier ein sehr, sehr stark pigmentiertes, violettpigmentiertes Shampoo, um genau dort anzugreifen, um diese Gelbreflexe herauszunehmen. Ihr habt danach einen sehr strahlenden Farbton, einen sehr leuchtenden Blondton und das ist wirklich da der Vorteil. Wenn wir damit arbeiten, schaut das Haar fast schon so aus, als wenn ihr beim Friseur gerade frisch gewesen wärt, weil wir hier eine ganz tolle Neutralisation vorzeigen können. Nicht nur die Neutralisation, das Violettpigment ist hier stark, sondern auch die Inhaltsstoffe mit abyssinischem Merkohl oder Avocadoöl habt hier ganz, ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe, um das Haar zu pflegen und einen ganz tollen Glanz ins Haar zu bringen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Platinum Plus Shampoo von Paul Mitchell. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Platinum Plus Shampoo von Paul Mitchell. Bis zum nächsten Mal.